Skanderbeg Tschetschkastrioti, genannt Skanderbeg, der Nationalheld, der Schiptafen. Albanien, Kosovo, Teile Macedoniens, Südserbien, Südmontenegro, Nordgriechenland. Viele Albaner träumen den Traum vom Großalbanien, die Skanderbeg, der sagenhafte Freiheitskämpfer. Tschetschkastrioti, wurde am 6. Mai 1405 in Sina, im nordöstlichen Bergland Albaniens geboren. Er wuchs in der Festung Kruja, in Mittelalbanien auf, als der jüngste von fünf Kindern. Mit 18 Jahren, musste sein Vater, Tschetsch und zwei weitere Söhne zum Sultan nach Konstantinopel schicken, als Tribut und Schutzgarantie für das Osmanische Reich. Während er sich drei Jahre lang im Sultanspalast aufhielt, konvertierte er zum Islam. Am osmanischen Hof nahm er seinen Beinamen Skanderbeg an, was auf Deutsch Fürst Alexander bedeutet. 1438 kehrte er mit 35 Jahren zurück in sein Heimatland Albanien, um dort auf Befehl des Sultans Murad II. eine Verwaltungsstelle anzutreten. 1443, als Ungarn über die Osmanen siegten, sah er seine Chance als gekommen, und verließ mit seinen albanischen Soldaten, die Osmanische Armee. Er bemächtigte sich der Festung von Kruja, und am 28. November 1443, konvertierte er zurück zum Christentum. Am 2. März 1444, gründete er, mit anderen albanischen und montenegrinischen Fürsten die Liga von Lettscha, eine Verteidigungsallianz gegen das Osmanische Reich. In den nächsten 18 Jahren, führte er erfolgreich Krieg gegen die auf dem Balkan vorrückenden Osmanen. Zu den bedeutendsten Schlachten, zählte die erste Belagerung Krujas im Jahr 1450. Damals versuchte ein 100.000 bis 160.000 starkes osmanisches Heer die Festung Kruja zu erobern, die von 8.000 Albanern vehement verteidigt wurde. Nach sechs Monaten Belagerung, siegte die Liga von Lettscha und die Osmanen zogen sich aus Albanien zurück. Die Schlacht ging in die albanischen Geschichtsbücher ein, und auch im westlichen Europa wurde Skanderbeek bewundet. Berühmte Persönlichkeiten der europäischen Renaissance, widmeten Skanderbeek Dramen und Opern. So auch, wollte er, Antonio Vivaldi, Sir William Templer, Ludwig Holberg, und viele mehr. Ein Jahr nach der Schlacht, 1451, heiratete Skanderbeek in einem südhalbanischen Kloster, Donika-Arianiti, eine Prinzessin aus der Hafenstadt in Lora. 1456, gebar sie ihm einen Sohn, der nach Schonkastriuti, dem Vater Skanderbeeks benannt wurde. Nach 17 Jahren offenem Krieg, schloss Skanderbeek 1461 mit Sultan Mehmet II. einen dreijährigen Waffenstillstand. Er nutzte diese Friedenszeit, um nach Geld und Truppen im westlichen Europa zu erbitten. König Alfons I. von Neapel, zählte zu den großzügigsten Helfern und schenkte Skanderbeek sogar Ländereien in Süditalien. Obwohl geschwächt durch das Alter, verteidigte Skanderbeek zusammen mit seiner Schwester erfolgreich die Festung Cruja bis zu seinem Tod. Am 17. Januar 1468, starb Skanderbeek eines natürlichen Todes und wurde in einer kleinen Kirche im nordalbanischen Leccia begraben. .